auch diese aktie wie slr hat aufgrund von news großes momentum entwickelt du siehst hier 20 millionen umsatz und eine riesen starke kursbewegung das aufgrund von news mein workflow besteht darin jeden morgen die am aktivsten gehandelten aktien im vorbörslichen handel durch pre market scanner zu checken das heißt ich schaue mir den chart der aktie und den newsfeed an was hat in der aktie momentum ausgelöst und die nachricht die volatilität in diesem markt brachte war folgende zum einen wurden neue aufträge generiert und ein großer deal mit einem neuen investor abgeschlossen und zudem gab es von der deutschen bank ein upgrade von hold auf bei und da hat die aktie deswegen verglichen mit dem schlusskurs des vortages im vorbörslichen handel stark an kursgewinn zugelegt und das begleitet mit hohem volumen und all diese punkte drücken stärker aus deshalb habe ich dann nach markteröffnung die aktie weiter beobachtet und geschaut wie sich das ganze entwickelt im fünf minuten chart da warte ich dann eben darauf dass sich ein setup entwickelt um dann in die aktie einzusteigen und in diesem fall hat sich ein opening range gebildet und ich bin dann bei durchbruch dieses hochpunktes wie man es kennt bei durchbruch dieses hochpunktes in die aktie eingestiegen als die aktie ihre opening range verlassen hat und mein stopp habe ich dementsprechend auf das letzte verlaufstief gesetzt mein trade den habe ich dann mit einem cav von zwei geschlossen normalerweise bin ich ein freund davon teilgewinne mitzunehmen und während des handelstages den trend zu handeln aber hier habe ich aufgrund dieser außergewöhnlichen bewegung dieser richtig schnellen bewegung meine position schon bei einem cav von zwei geschlossen solche schnellen preis bewegungen die können aus rein chart technischer sicht nicht lange gehalten werden wenn so eine schnelle bewegung entsteht heißt der fachlich korrekte ausdruck das habe ich jetzt schon oft genug erwähnt intraday parabolic price action es ist eine parabolische preis bewegung im verhältnis zur preis action zuvor die aktie hat hier nämlich innerhalb von zehn minuten 40 cent an kurs wert dazu gewonnen wir sehen hier hier die aktie sehr lange konsolidiert bis sie überhaupt eine ausbruchs bewegung stattfinden konnte und dann hat sie hier extrem schnell angezogen ein parabolisches ansteigen vom preis und volumen repräsentiert eine übertriebene bewegung und auf welche typischerweise ein starker abschwung folgt es folgte hier zwar ein abschwung das können wir ja sehen aber die aktie konnte sich dann weiter nach oben katapultieren die aktie ist noch mal sehr stark angezogen aber ich war jetzt leider schon auf dem trade so ist es halt im börsenhandel ich werde dann sehr oft gefragt wie ich in so situationen dann konkret agiere ich denke dann immer an eine sehr schöne redewendung von christoph maria herbst die so eine situation wie ich finde ziemlich gut zum ausdruck bringt hätte hätte fahrradkette es hilft wirklich nicht weiter lange über vergangene entscheidungen oder nur erdachte aber nicht in der wirklichkeit entsprechende sachfelder zu diskutieren in so einer situation sollte man den trade einfach abhaken und weitermachen